Schwimmerin Isabel Gose vom SC Magdeburg holt sensationell. Isabel Gose triumphiert bei internationalen Wettkämpfen. Die talentierte Schwimmerin Isabel Gose vom SC Magdeburg hat in den letzten Wettkämpfen für Furore gesorgt und ihre beeindruckenden Leistungen auf internationaler Bühne unter Beweis gestellt. Bei den Europameisterschaften in Rom hat die junge Athletin nicht nur persönliche Bestzeiten geschwommen, sondern auch bedeutende Medaillen gewonnen, die ihre Zukunft im Schwimmsport weiter versprechen. In einem spannenden Finale über 400 Meter Freistil belegte Gose den ersten Platz und sicherte sich die Goldmedaille. Dabei stellte sie einen neuen persönlichen Rekord auf, der die Zuschauer und Experten gleichermaßen beeindruckte. Ihre Trainerinnen und Trainer hoben hervor, dass Gose hart an ihrer Technik gearbeitet habe, um sich in dieser Disziplin so stark zu präsentieren. Sie habe vor dem Wettkampf viel Zeit in das Training investiert, was sich nun auszahle. Darüber hinaus zeigte sie auch über 200 Meter Freistil hervorragende Leistungen. Gose konnte sich das Silber sichern und bestätigte damit ihr Talent auf dieser Distanz. Ihre Reaktionen nach dem Wettkampf waren von Freude und einem gewissen Stolz geprägt. Offiziell äußerte sie, dass sie mit ihrer Leistung mehr als zufrieden sei und das Gefühl habe, dass ihre Vorbereitung Früchte getragen habe. Die Schwimmerin hat in den letzten Monaten eine bemerkenswerte Entwicklung durchgemacht. Neben den technischen Aspekten haben auch mentale Trainingseinheiten eine Rolle gespielt. Gose betonte in einem Interview, dass ihr Mental Coach ihr dabei geholfen habe, sich auf die Wettkämpfe zu konzentrieren und den Druck besser zu handhaben. Dieses Vorgehen schien sich auszuzahlen, denn Isabel stellte unter Beweis, dass sie in entscheidenden Momenten ihre beste Leistung abrufen kann. Der SC Magdeburg als Verein ist stolz auf die Erfolge seiner Athletin. Vereinsvertreter hoben hervor, dass die Trainingsbedingungen und das Umfeld in Magdeburg optimale Voraussetzungen für Talente wie Isabel Gose bieten. Die Unterstützung durch den Verein sei entscheidend für die sportliche Weiterentwicklung der Schwimmerin gewesen. Es ist wichtig, ein positives Umfeld zu schaffen, in dem die Athleten gefördert und gefordert werden können. Die Erfolge von Isabel Gose sind nicht nur ein Zeichen für ihr Talent, sondern auch ein wichtiges Signal für den deutschen Schwimmsport insgesamt. Die Erfolge bei den Europameisterschaften könnten eine neue Ära für die Schwimmerinnen und Schwimmer Deutschlands einläuten. Gose wird als Vorbild für viele Nachwuchsschwimmerinnen angesehen, die ihre Leistungen ebenfalls als Ansporn nehmen könnten, um selbst an die Spitze zu streben. In der kommenden Saison wird erwartet, dass Isabel Gose an weiteren internationalen Wettkämpfen teilnehmen wird, einschließlich der Weltmeisterschaften. Die Vorfreude auf zukünftige Wettkämpfe ist groß und viele Fans sind gespannt, welche weiteren Überraschungen die junge Schwimmerin bereithält. Der Fokus bleibt für sie jedoch auf dem Training und der stetigen Verbesserung ihrer Leistungen. Die Leistungen von Isabel Gose sind ein Beispiel dafür, wie Entschlossenheit, harte Arbeit und die richtige Unterstützung Früchte tragen können. Die Schwimmerin hat sich als ernstzunehmende Athletin im internationalen Schwimmsport etabliert und blickt einer vielversprechenden Zukunft entgegen. Autor Anita Farke, Donnerstag, 1. August 24.